so hallo meine youtube zuschauer ich starte ein neues projekt ein neues format let's try wie ihr schon im titel lesen konntet und zwar darin teste ich spiele ich spiele spiele an also ich spiele sie vielleicht so eine stunde oder mehr und dann nehme ich daraus die besten momente und stelle die euch zur verfügung ist das nicht toll so los geht's rich project von ich habe jetzt das entwickler team nicht mehr im hinterkopf aber bridge project ist quasi ein spiel ihr habt es bestimmt schon auf anderen kanälen gesehen da müsst ihr einfach brücken bauen und schauen dass die fahrzeuge drüber kommen und nicht in den fluss stürzen so wir haben holz zur verfügung machen wir doch einfach mal eine kleine brücke über dieses gelände okay das war jetzt falsch okay los geht's doch das geht doch noch das geht doch noch los geht's hier kommt der panzer locker locker er wieso nicht das verstehe ich jetzt nicht okay das war jetzt nicht so erfolgreich müssen hier scheinbar so ein konstrukt man ein konstrukt jetzt kommt jetzt kommt zwei schwere busse das geht bestimmt nicht mal sehen klappt vielleicht noch nicht ernsthaft aber jetzt vier schwere busse das geht bestimmt nicht ok 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 das naja fast stresstest ok ist gar nicht schlecht wir haben es geschafft wir haben eine brücke vollständig aufgebaut sieht zwar komisch aus aber ok hier irgendwelche statistiken wer liest hier schon gemischte zwei ok wir haben jetzt eisen als material so mal testen nee ok das funktioniert schon mal schlecht tüt tüt herzlichen glückwunsch sie haben eine fast ok brücke gebaut äh gemischte nummer drei los geht's zwei panzer ok hier mal ein bisschen exotisch bauen sieht komisch aus ist auch so ah jetzt haben wir nur noch eisen also die sounds sind irgendwie komisch äh aber ok so das sieht doch ok aus oder hahaha hm mal schauen ok ich glaub die panzer überleben sie nicht mehr hm au au ne äh wieso hält das hier nicht Unds, 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 unds. Oh, okay. Mal schauen, ob das funktioniert. Okay, das hat schon mal geklappt. Okay. Okay. Ich bin zufrieden. Jetzt wird's spannend. Oh. Aber es funktioniert. Es funktioniert. Hallo. Es funktioniert. Level ist vollständig. Gesamtpunkte 7297. Sehr gut. Wow. Da fliegen die Holzblöcke. Okay, das Bauamt hält wohl nicht viel von Sicherheit. Aber, mir ist das egal. Ich hab's bestanden. Gesamtkosten 633.391. Ja, die sieht aber nicht so aus. Hui, mal schauen. Ah, das World Trade Center und was. Ein Kabel. Okay. Interessant. Was kommt jetzt? Eine Eisenbahn. Okay. Oh, 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 oh. Nein. Okay. Vielleicht funkt. Nein. Jetzt bricht die ganze Bucke. Nee. Ach, kommt schon. Wenn wir hier noch Eisen hinlegen, das Ganze hier noch befestigen und dann hier noch ein Kabel verlegen, dann wird es zwar nicht funktionieren, aber es sieht cool aus. Also, es sieht nicht vielversprechend aus. Es könnte ein zweiter Eiffelturm werden oder so. In Washington oder wo wir hier sind. Oder in New York. Es hält niemals die Lok aus. Niemals. Und jetzt kommt's. Okay. Das ist schon mal akzeptabel. Und jetzt die zweite, oder? Das war's. Yeah. Yeah. Okay. Sieht komisch aus. Sieht echt komisch aus. Aber, wir haben's bestanden. Ist schon mal nicht schlecht. So, wir haben jetzt eine Workshop-Map namens Don't Play. Und, äh, hier seht ihr quasi die Brücke nicht. Das ist quasi das Ziel, glaube ich. Ähm, ich glaube, der Map-Ersteller, äh, hat mit dem Map-Editor noch nicht so viel zu tun gehabt. Und, äh, das ist jetzt auch schlecht, weil wir sehen jetzt die Brücke nicht. Äh, das ist, äh, kompliziert. Ah, hier sehen wir quasi dann die Punkte. Ah, ja, hier ist das Loch. Einfach mal starten hier. Was passiert jetzt? Wo sind die Autos? Okay. So ist das quasi. So, manuelle Dings machen. Ein Schiff, quasi. Okay. Also, ich glaube, das Schiff kommt durch. Gibt's, glaube ich, keine Probleme. Okay, ja, ja, es kommt durch. Langsam, aber sicher. Es kommt durch die Brücke durch. Und da wollen wir natürlich, äh, nicht stören dabei. Ein Erdbeben. Ah, ja, das hat die, das hat die Brücke schon stark, äh, mitgenommen. Jetzt, äh. Ein. Ne. Eine Lokomotive. Let's go. Die kommt von hier. Ah, jetzt sehen wir hier was. Aha. Wieso gescheitert? Was? Okay. Okay, diese Karte heißt Test 0815. Ich weiß nicht, was das, äh, im Hintergrund für Gebäude sind, aber okay. Die können wir jetzt einfach mal spielen. Also, die Türme, also, es sieht ziemlich, ziemlich realistisch aus. Also, Crisis ist da nichts dagegen. Beton. Okay, beton sollte das einfach sein. Ja, let's go. Wieso, wieso hält das nicht? Hä? Naja, ich glaube, ich habe das ein bisschen übertrieben. Ah, wir können hier quasi unendlich Beton hinbauen. Ich glaube echt, das ist irgendwie hoffnungslos, was ich hier versuche zu machen. Ähm. Ich mache einfach die nächste Map. Ja, der Name war Terrible. Mal sehen, ob das zutrifft. Hä? Wo ist eigentlich die Straße? Da sind 100.000 Straßen. Und Regenbogen. Na ja, okay. Erstmal hier Beton hinpflanzen, damit das Ganze wieder einfacher ist. Und jetzt ein Schiff. Ich glaube, das kommt nicht weit. Okay. Doch, das mit dem Schiff locker funktioniert einwandfrei. So, ich würde sagen, wir haben jetzt genug Bridge Project gespielt. Ähm. Schaut einfach nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr wann auch immer das nächste Video kommen sollte auf meinem Kanal vorbei. Da kommen neue Videos mit neuen Spielen, hauptsächlich Simulatoren und so weiter. Bei Let's Try. Ähm. Ja. Macht was immer ihr wollt. Auf Wiedersehen. Viel Spaß und guten Rutsch ins neue Jahr 2016. Obwohl, wenn ich das Video hochlade, ist es schon 2016. Egal. Also, tschüss, meine YouTube-Abonnenten.